Was gibt's da, gibt's da so ein Ding, wie heißen die immer? 30 Leute oder 20 Leute. Hey, wie heißen da immer auf dem Dorf so die Viecher da? Die Mädchen? Na, die Mädchen, wenn die immer so Kleider anziehen möchten. Äh, Gästnamen. Ja genau. Ja, ich weiß ja nicht, wie das da ist. Na, gibt's, wo seine Feuerwehr fest ist? 200. Ach so? 400. Ah ne, 400. Norbert, man muss ja auch fest haben, wenn man so eine Feuerwehr fest ist. Bist du noch bei der Feuerwehr? Na, gar nicht. Ja, ich hab mich schon getroffen und eine Daumen dazu. Ja, mach dir auch mal was. Das ist schon mal scheiße. Oder sollen wir mal eine Strohbehandlung anziehen? Hast du mich erwischt? Ja, vorher. Herzlichen Glückwunsch. Juhu, vorbei. Wie viel hast du? Weniger als ich, oder was? Ja, weniger. Ich kann mal noch ein Pringes noch. Neue Runde. Ja. Einer, ich wollte noch mal das Video sehen, oder was?